Läge auch, was er betrifft. Jetzt nimm nicht. Pachkopf. Ja, das ist falsch. Das ist falsch. Sei nicht doch. Lass gleich da rausgehen, nicht sicher. Warte. Oh, klein. Aber schön. 2015. Im Park aus am Phönixsee. Da an der Hofzug ist leider außer Betrieb, die ich gesehen habe. Ja. So. Oh, der Boden. Das ist spät. Stockwerk minus eins. Ach, da klingt ein Ton. Das ist blöd, dass der andere Hofzug außer Betrieb ist. Wie schnell ging das gerade hoch? Das sind halbe Etagen hier. Okay. Geheilt. Geheilt war die da schnell. Das ist ein Kreuschklack, oder? Ja. Hier sieht die Tür auf. Mal gucken, wie man sieht, dass es aussieht. Ja. Oh. Eine wunderschöne Aussicht. Warte. Ich wollte das scheinig gut aufnehmen. Auf. Die Zeit kam doch nicht. Die Kameraden kam. Die Aufsicht darf nichts haben, weil ich mache nicht hier nichts kaputt. Ja. Aber guck mal hier. Was ist das? Was ist das? Ja. Stockwerk minus eins. Hat irgendwie kaputt. Hoffentlich sagt die Aufsicht hier nichts was. Hoffentlich nichts. Ja wir denken wie versippt das hier ist. Ich weiß.